Wunder des Lebens Am liebsten hätte er, glaube ich, jemanden, der sich um all den Scheiß kümmert. Ja, also was weiß ich, einkauft, seinen Müll runterbringt und Rechnungen bezahlt so und er kann halt nur die geilen Sachen machen. Er hat einen Dienstwagen gehabt, er hat einen Mordsgehalt gehabt und hat gesagt, es wäre wichtiger, dass man glücklich ist im Leben. Jens ist ein Mensch, der lebt das Klettern. Da bedarf es schon einer ganzen Portion an Leidenschaft und die findet man nicht in jedem Mensch. Klettern in den Turm hoch. Ja, so einfach ist das. Ob Jens das alles so übersieht, was da vielleicht kommen kann und auf ihn zukommen kann, mit seinem Projekt Kletterhalle, bin ich mir nicht so sicher. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, in unserer Komfortzone zu bleiben, unseren sicheren Job zu behalten, den Weg einfach weiter zu gehen. Und dann ist es halt ein Traum und bleibt ein Traum. Es wäre ein Jammer, wenn man irgendwann zurückblickt und sagt, hätten wir doch nur. Was wäre wenn? Das möchte ich nicht, dass das uns passiert. Und deshalb ist es mehr als wert, diesen Weg zu gehen, egal wie die Geschichte ausgeht. Gut! Gut!